Weaver, ich habe den Kontakt zu einem Forschungsteam bei einer Dunkel-Ather-Subjekte-Analyse-Station verloren. Wir könnten das Einsatzteam gebrauchen. Mein Team übernimmt jetzt, Gray. Wir erstatten Bericht, sobald wir die Einrichtung erreicht haben. Guten Tag! Deine Flamme ist erloschen! Zurück! Abschaum! Noch einer für den Hau! Artillerie in Bereitschaft! Batsch! Batsch! Interessant. MP5. Die nächste Runde geht auf dich. Hände weg von mir, mir geht's gut. Ja, so'n Scheiß passiert am Ende Warzone auch ständig. Guten Tag! Ja! 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 Hör mal! Leicht übergriffig, ne? Das sollte dein Maul stoppen! Ja! 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 Achtung! komm her du hast dir den falschen kampf ausgesucht markiere wegpunkt 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 maximale munition sauberer schuss 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 Da ist er! Ja! Endlich! Jetzt, guck mal, der Köppek, weißt du, am Looten... So, äh, sodalle... Ja, machen wir. Ja! 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 Feind erledigt. Lasst ihr doch in den Kreis kommen, ihr Idioten. Das kann ich kein Fahrzeug lassen lassen. Das kann ich nicht machen. Und ihr dachtet vorher schon, ich wäre gefährlich? Koordinaten markiert. Machiert sie ihre Position. Machiert sie ihre Position. Machiert sie ihre Position. Oh Gott. Ein ganzes Rudel von ihnen hat uns überfallen. Wir schaffen es nicht. Wir leben hier raus. Feindkontakte in eurer Nähe. Macht sie fertig. Machiert sie dich. 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 Ja. Machiert sie mich. Noch eine Temposchwelle auf der Straße zum Ruhm. Rave fordert Artilleriefeuer an. Ich mag es, wenn das passiert. Das Wissenschaftsteam wurde im Einsatz getötet. Die Analyse des Tests. Die Verfolgung der genetischen Daten startet. Das hat geknallt! Zufallsextra! Ronde eliminiert! Requiem lässt danken! Deine Haut war dicht. Meine Haut war dicht. Geht. Geht. Das war's. Äh, die Stimmbänder dieses Testsubjekts funktionieren noch, denn sie überträgt es eine Art Signal. Das Scheißding hat Verstärkungsberuf. Macht euch auf einen Kampf gefasst. Das Ding kommuniziert. Definitiv. Es ruft andere zu dieser Position. Aber was ich sagen will, da kommt noch mehr. Wenn wir die Maschine zerstören, verlieren wir unsere wertvollen Darm. Ich mach mich gerade erst wach. Wir haben es fast geschafft. Die Übertragung braucht nur noch etwas länger. Der ist erledigt. ! 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 Das war's für heute. Feind tot. Noch einer für den Haufen. Upload abgeschlossen. Dr. Grape ist bestätigen. Alle genetischen Daten gesammelt. Die Jungs im Labor werden zufrieden sein. Anomalie-Stelle lokalisiert. Aktiviert das Signal, um fortzufahren. Na, die beiden Dings. Rambo und Mila. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie die looten. Ich bereit halte mich für Koordinaten. Nee, Rambo hat auch was drauf. Na, ist ja auch Rambo, ne? Jodendach. Das sollte dein Maul stoppen. Halt immer weiter. Das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht. Ja, warte mal. Dein Bestes war nicht mal im Ansatz genug. Bewegt dich endlich. Hab schon schnell was gesehen. Cheers, Kumpel. Die beiden, ey. Die hocken immer auf dem Rücken, ey. Ja, bitte. Schneller nachladen ist, glaube ich, wichtiger. Ich glaube, der Helikopterschütze erwartet Befehle. Komm, lass es abhauen. Der Fluch ist aufgehoben. Du bist bereit. Bedrohung neutralisiert. Requiem an Raptor 1. Einsatzteam bereit zur Evagonierung. Was ist denn? Was ist denn? Kommando, Graves autorisiert Helikopterschütze. Einsatz! Rambo, komm zu spät, meine Rekopterschützer hat das gemacht. Jeder erfolgreiche Einsatz verschafft uns Omega gegenüber einen Vorteil. Sauber! Jungs, so lobe ich mir das. Ah, guck hier, Rambo. So. 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 Vielen Dank.